so wir gehen rein in von hungriger hugo strike ich habe gesagt du kommst mal groß raus jetzt kannst du den leuten sprechen die nicht geglaubt haben und du bist hier im video zu sehen ja aber hungriger hugo wird bald gestrikt ja nur von mir hat noch nicht eine donation gekommen nichts gar nichts ist so hungriger hugo mit 150 euro dabei doch der hat zwei neuen vergessen nach steuerlichem abzug bleiben hier von den 150 euro 75 euro und das sehe ich persönlich als beleidigung also solltest du acht zentimeter in der hose haben oder dann hast du mein beileid so geil geschnitten ey geil 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 oh mein gott ich darf das wort drogen eigentlich nicht so oft sein dann wird das ja ganz schnell ent-monetarisiert ich muss was anderes sagen ich muss ich rückwärts nie gut er hatte was mit ihr alles okay felix ach so hatte felix nicht mit freundin investieren christos ehrlich gut gemeinter rat ich investiere in aktien alles rot minus 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 rote zahlen sind keine gute zahlen ich kenne big mac zwar nicht aber so stelle ich mir den auch vor ich werde big mac wahrscheinlich auch so ein bild von seinen augen aber wie sieht der wohl real aus fällt das ja eine frau man weiß es nicht vielleicht ist auch ein zweiter kommt von monte fragt mich was ich geb euch meine antwort fragt mich ich antworte sofort ehrlich jürgen grüße ja ich glaube das darf ich gar nicht sagen gala oder fenner kein kommentar freunde ja echt geile fragerunde junge alles abgelehnt wie frauen eis laufen ich habe ich schon voll oft gesehen als habe ich weiß nicht warum ich habe ich abonniert sowas jetzt auch bei der nasa 12 12 mit seiner kartoffel nase geil oh mein gott kann ich überhaupt nicht der todmann hat eine vga eingesteckt eigentlich wollen die jungs von stelle dass jetzt anfangen zu zocken aber ich habe gesagt ist nicht ich schille immer erst mal ein bisschen ab ihr könnt euch jetzt erst mal auf die kauf schauen da ein bisschen rum lümmeln ich will jetzt hier erst mal mein ding machen ich habe noch keinen bock direkt anfangen zu zocken so sieht kein rückwärtsgang für mich aus ich sehe euch ja genau die kamera genau die kamera so ist es die pokémon karten ja schon mal eine karte geöffnet max ist bei monst und benimmt sich unmöglich wer stellt sich denn auch dahin auch voll cool finde ich auch ja so da wir jetzt hier machen machst du eigentlich sport in deiner freizeit fahrrad fahren aber ich habe kein fahrrad fahrrad fahren aber ich habe kein fahrrad aber alles alleine da habe ich keinen bock drauf deswegen aktuell wenig wie mein kollege mir von der schlägerei erzählt ist gut jetzt mit dem gedauber dreh dich mal oben und pack ihn so am kragen und drück ihn so doggie auf den boden und sag jetzt ist zeit für den arschbauer egal warte mal du musst ihm erstmal eine frage stellen ach ja du bist doch nur eine missgeburt was also ich habe spongebob nie so aktiv richtig geguckt nur ein paar folgen aber sind die da echt so aggro drauf und du hast den ganzen tag lang an der kasse gestanden das war eine falsche dose da musst du an isso denken asche in der dose da gibt es auch eine geile story zu 검ten ja 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 also ha ich sch du ich das hitman 3 glaube ich leute wenn ihr irgendwie ein onkel habt und der hat neffen kayo denkt mittlerweile er heißt wie er da guckt ist so geil mann kayo 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 hallo geiler biete geht ja san andreas war das willst du nichts trinken magst du das ich habe keine cola was ist das denn cola ist ganz einfach ich krieg das gar nicht hin dass irgendwie hinzukriegen cooles video wieder geiles video